2 auf außen, bedeutet bei Ihnen heute, Sie spielen im 4-3-3, da kommt der Schultz! Es ist ja legal! Alter! Du! Martínez! Oh ne! Martínez, da war er wieder! Reicht! Traumflacke! Oh! 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 Super Kopfball! Pepe! Ganz starke Aktion vom Torhüter! Ohohoho! Was denn? Mann, ey! PEP! 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 Was macht der denn? Ey! Ey! So! To! To! Oh! Oh! Schade! Jetzt tut das Kosta! Nun Ramos am Ball! Ey! Was war denn jetzt los? Dein, dein Schreibergeiler! Na ja! Ja, ich weiß nicht immer mehr warum! Ja, ich auch nicht! Die sind schon lange am Ball, haben einen Pass nach anderen gespielt, nur mal aus! Häh! Oh! Häh! Oh! Das war's Tor! Also das war jetzt ein Tor, ganz klar! Komm sie, jetzt kommen sie! Elfmeter! Ey, das war kein Elfmeter! Häh! Häh! Heute Abend gibt's Würste! Geil! Geile Schwanzwürste! Das ist nicht dein Ernst! Unfassbar! Jetzt machen wir dies, lass mir den Kopf auf! Das dürfte die letzte Gelegenheit sein. Gewinnen das Spiel! Kimmich. Was für ne Scheiße ist das! Vers Ligaform... Who is this? Daski 예. Oh, ich dachte jetzt abgefälscht. Das wäre ein richtiger Einsteuer für Taski gewesen. Der Taski? Jawoll, wenn es einer macht, dann der Pole. Lewan! Alter! Alter! Ohohoho, ey, ich stand oben frei! Wie geil war das denn? Ich habe gedacht, ich gewinne eh nicht den Kopf. Dann drückst du mal den Schuss, ey, und ich komme ran. Elfmeter. Ach, nö. Kann ich wieder halten. Ach, du kannst. Jawoll! So macht man das jetzt, Torwart. Das ist leckerlich. Wieso? Dass der reingegangen ist, ey. Das ist das einfachste Tor, das man machen kann. Das ist ein ganz seltener Moment. Ne! Wer war das? Komm mal. Alava! Der Klaas ist ein starker Linker, ey. Ja, ohne Schnauze. Jetzt steht es 2 zum... Super gelöhnt! Der geht nicht rein! Jetzt vielleicht! Der Schuss! Alava! Das ist so komisch, Nidl, das Ganze. Ne, 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 ne. Ja, kannst du heute mal wieder einen Freistoß reinmachen. Die stellen dann auf die Linie... Aber warte mal. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's echt ab. Dann halt so! 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 Geht der rein! Den Ball hält er gut! Das ist da passiert! Alter! Da wieder so einer. Oh Gott! Ah, versuchen kann das doch mal. Ja, wohl doch nicht. Ah, ne. Na, dann fahrschieben wir uns wenigstens mit Style aus der Liga ein. Das ist ja schon ewig nochmal passiert. Das ist ja gleich, ja. Ich starte mal neu, so Just for the Wolves. Okay. Ach, ne. Ha! Ah, das war's neu gestartet, ey. An dieser Stelle viele Grüße an Adri, du hast es damit ins Video geschafft. Ja. Ich hab einfach mal alles ausgemacht. Ich hab's gemerkt. Oh nein. Nein. Naja, noch hat er den Ball, ne. Haha, hat er dich aber stehen lassen, ne. Oh. 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 Oh Gott. Hahaha. Oh. Er nimmt ihn auch noch eiskalt an. Ich denk's schon, ich hoffe er sieht, dass er es ist. Und dann haut, der hast nicht volle Kalle gegen das Dreieck, ey. Ja, der kann ich nichts spüren, ja. Agüero! Nee! Oh. Oh. Nee. Nee! 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 Gibt's doch nicht, ey. Ah! Oh! Nee! Kuhn! Agüero am Ball. Er trifft den Pfosten! Das ist nicht passiert. Elfmeter. Erstens war das die Foul von, äh, Guad... Haha! Man! Man! Von B für an mich und zweitens... Lächerlich! Das ist schon wieder Pfosten noch.